Komms, Strahlentherp, rechts der Isar. Guten Tag. Hallo Frau Professor Komms, Maria Staller hier. Wir haben uns letztens kennengelernt am Tag der offenen Tür. Ich grüße Sie, hallo. Schön, dass Sie sich melden. Ich hätte da noch ein paar Fragen zu meiner Bewerbung. Frau Professor Komms, als MTAA möchte ich mein Wissen auf den Punkt bringen und Verantwortung übernehmen. Finde ich da bei Ihnen das passende Arbeitsumfeld? Klar, natürlich. Wir sind ein Universitätsklinikum der Technischen Universität München. Das heißt, wir behandeln immer nach den neuesten Behandlungsstandards mit der neuesten Gerätetechnologie. Wir sind eingebettet in das universitäre Umfeld, aber auch eng vernetzt im Comprehensive Cancer Center im CCC in München, so dass Sie da wahrscheinlich genau das Umfeld finden, das Sie suchen. Oh, sehr schön. Nun, mir geht es auch darum, meinen Horizont zu erweitern und Menschen mit Spitzenmedizin zu helfen. Können Sie das unterstützen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der liegt uns sehr am Herzen. Deswegen haben wir ein speziell zugeschnittenes Fort- und Weiterbildungsprogramm für MTAAs entwickelt, wo Sie die Möglichkeit haben, Ihre Kenntnisse in Technik, in Physik, in Biologie, aber eben auch in der Medizin weiterzuentwickeln. Darüber hinaus haben wir immer die neueste Gerätetechnologie, sodass Sie immer wieder am Puls der Zeit sind und was Neues dazulernen können. Im Moment zum Beispiel das neueste Gamma-Nive für die Hochpräzisionsbestrahlung am Hirn oder auch eine neue Tomo-Therapie. Aber was auch interessant ist, zum Beispiel die intraoperative Bestrahlung mit unseren chirurgischen Nachbardisziplinen. Wow, das ist ja einiges. Wissen Sie, ich will schon zu den Besten gehören und stelle mir vor, in einem interdisziplinären Team zu arbeiten. Bin ich da bei Ihnen am richtigen Platz? Na klar, die Technische Universität München ist eine der besten Universitäten in Deutschland, in Europa, ja sogar in der Welt. Das heißt, als Teil unseres Teams gehören Sie naturgemäß zu den Besten. Und unser Team ist interdisziplinär. Das heißt, wir arbeiten zusammen mit Physikern, mit Ärzten, mit Biologen und MTAAs. Also ich glaube, dass Sie bei uns genau das finden, was Sie suchen. Das hört sich wirklich so an. Vielen Dank. Ich schicke Ihnen gleich meine Bewerbung zu. Alles klar. Super. Ich bedanke mich und wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Alles Gute. Vielen Dank, Frau Professor Koms. Tschüss. 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 Tschüss.